Musik 1959, Nachtzug Hamburg-Basel-Italien. Das Bild werde ich ja nicht mehr losen. Das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief. Und ich mache noch das Licht aus. Ein Fremder kommt ins Abteil. Ein ganz normaler Fahrgast, so scheint es. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Als die Frau zur Toilette geht, löscht der Mann das Ganglicht und öffnet die Zugtür. Bei voller Fahrt. Egel. Egel. Was so einen Menschen. Der Mann zieht die Notbremse, steigt aus und macht sich auf die Suche nach seinem Opfer. Später stellt die Polizei fest, der Täter hatte die Frau an den Gleisen lebend gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Das stimmt, dass er auf ihn am ehesten dieser Begriff der tickenden Zeitbombe zutraf. Der Täter, Heinrich Pomerenke. In knapp zwei Jahren begeht er vier Morde und zahlreiche Straftaten. Das Urteil 140 Jahre Haft. Wie wird ein Mensch zum Unmensch? Die eigene Schwester sucht bis heute nach einer Antwort. Wenn eine richtige Familie da gewesen wäre, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber das vielleicht bringt auch nichts mehr. Das bringt alle anderen, die tot sind und alle anderen, die er missbraucht hat, bringt das denen auch nichts mehr. Mir tut es leid. 49 Jahre sitzt Pomerenke im Gefängnis. Länger als jeder andere Häftling in Deutschland. Dann stirbt er dort. Er hatte Angst und Schrecken verbreitet und wurde für immer weggesperrt. Alle Besucher, die in das Gefängnis kamen, fragten immer als erstes, ist der Pomerenke noch da? Ein kleines Dorf bei Rostock. Bentwisch. Der Geburtsort des Menschen, der sich später selbst eine Bestie nennen wird. Die meisten im Ort wollen mit den Pomerenkes nichts zu tun haben. Die Mutter hat einen zweifelhaften Ruf. Ihr ganzes Verhalten war lockerer, leichter. Und, naja, die Leute, die auf sich hielten, kamen sich nicht mit ihr ab. Pomerenkes Vater arbeitet im Rostocker Hafen und ist selten zu Hause. Er gilt als roh und gewalttätig. Seine Frau behauptet später, er habe sie oft vergewaltigt. Am 6. Juli 1937 bekommt das Paar Nachwuchs. Das Taufbuch dokumentiert das neue, unschuldige Leben. Heinrich Max Pomerenke wird geboren. Zwei Jahre später folgt eine Schwester. Ich habe die Frau nie mit ihren Kindern zusammen gesehen. Sonst gehen Mütter mit ihren Kindern einkaufen oder was unternehmen oder sonst vieles. Das habe ich nie bemerkt. Der Vater muss in den Krieg. Die Mutter findet rasch einen neuen Partner. Die Pomerenke sind arm, aber auf dem Dorf gibt es immer etwas zu essen. Dann wurden die Kühe gemolken und da kam dann der Pomerenke-Junge und hat dann bei uns aus dem Karnendeckel die Milch getrunken. Kriegsende. Die Russen besetzen das Dorf. Für den 8-jährigen Heinrich ändert sich wenig. Er war eigentlich immer ein merkwürdiger Außenseiter von der frühen Schulzeit an. Und ein auf sich gestellter Eigenbrötler, der auf seine Weise versucht hat, zur Lust und Befriedigung zu kommen. Hinter diesem Baum, direkt vor dem eigenen Wohnhaus, wird Heinrich Pomerenke zum ersten Mal verhaltensauffällig. Er ist damals noch keine 10 Jahre alt. Ja, ich sehe diesen blassen Jungen vor mir mit dem eckigen Gesicht, mit dem breiten Schädel und dem spitzen Kinn. Zwei kleine Mädchen auf dem Nachhauseweg ahnen nicht, dass sich Heinrich Pomerenke hinter dem Baum vor seinem Haus versteckt hat. Er wartet, so lange bis sie an ihm vorbeigegangen sind. Und dann ging er hinterher, ohne dass sie es merkten, und schlug von hinten auf sie ein. Ich kam angegangen, er merkte, dass ich kam und dann lief er nach Hause. Heute wissen wir, dass die sogenannten Early Starter, die sehr früh mit antisozialen kriminellen Verhalten auffallen und mit Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber und Impulsivität, dass die sehr oft eine Entwicklung nehmen, die sehr schwer beeinflussbar ist. 1949 ändert sich für die Pomerenke-Kinder schlagartig ihr ganzes Leben. Ich habe nur einen Menschen gehasst in meinem ganzen Leben und die hasse ich heute noch. Und das ist meine Mutter. Wenn die äußern uns nicht in den Stich gelassen hätten, wäre das nicht so weit gekommen. 100 Prozent. Von einem Tag auf den anderen verlässt die Mutter Bentwisch und zieht in die Schweiz, nach Zürich. Johanna Pomerenke lässt alles zurück, sogar die eigenen Kinder. Ich wusste erst gar nicht, wo meine Mutter ist. Es hat nur einfach geheißen, Mutti geht schnell weg, die kommt gerade wieder. Und dann war ich alleine da. Die Schwester muss ins Heim, ohne den Bruder. Der zwölfjährige Heinrich hat Glück. Er kommt ins mecklenburgische Malchin, zu den Großeltern. Er hat es schön gehabt bei den Großeltern. Sie waren vielleicht ein bisschen zu alt, dass sie ihn noch aufziehen konnten. Das habe ich das Gefühl. Und das hat er wahrscheinlich auf seine Weise ausgenutzt. Er konnte Oma und Opa gut unter den Finger wickeln. Das war so. Malchin liegt in der russisch besetzten Ostzone. Die Einwohner haben nicht viel nach dem Krieg. Heinrichs Großvater ist behindert. Für den Enkel bleibt wenig. Aber man hilft sich gegenseitig. Wenn die Rattunen gemacht haben von der Schule aus, hatte er kein Pausenbrot, kein Brot mit. Und er wollte aufgrund dessen auch nicht mitfahren, weil es ihm peinlich gewesen ist. Alle hatten was zu essen, nur er nicht. Und ich weiß hier von Heinz Niemann, dass auch die Eltern ihm Brote geschnitten haben und meine Mutter ihm Brot gegeben hat und auch Kuchen gebacken hat, wenn wir Kuchen hatten. Welche Tage war er nicht ansprechbar und andere Tage, dann war er wie aufgedreht. So richtig lustig und ob es mit zu Hause zusammengehangen hat oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und manchmal hat er ihn angeguckt, ich glaube, als er ihn durchgeguckt hat. Also so ein stierer Blick. Heinrich hat keine besonderen Interessen. Nur ein Hobby des Großvaters zieht ihn magisch an. Briefmarken. Eines Nachts kann er nicht mehr widerstehen. Er bestiehlt seinen eigenen Opa. Er hat seine Großeltern schon geliebt. Irgendwie schon, aber trotzdem, ich weiß nicht, was in dem Menschen vorgegangen ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht war der Teufel da schon drin. Ja, was ist es denn? Ist es was anderes? Es war ja der Teufel in dem Mensch. Ausgerechnet den Großvater bestiehlt er, der es gut mit ihm meint und dem er vertrauen kann. Es ist ihm egal, wer den Schaden hat. Es gibt ja diese Szene zum Beispiel, wo er dem Großvater die Briefmarkensammlung stiehlt, obwohl er selber von sich sagt, das ist eine Person, zu der ich einen sehr guten Kontakt hatte. Also hier sind schon diese sehr prägenden Eigenschaften angelegt, dass es keine Hemmschwellen gibt. Was mir nützt, ist in Ordnung. Das sieht man hier schon in der Kindheit und das setzt sich natürlich dann im Jugend- und Erwachsenenalter in nochmal stärker Dynamik fort. Heinrich Pomerenke hat kaum Freunde. Er ist viel allein. In der Schule bleibt er zweimal sitzen. Er tröstet sich auf seine Weise. Er ist schon in der Schule aufgefallen durch übermäßige sexuelle Aktivitäten. Also er hat schon sehr früh die Sexualität als eine Art Selbsttröstung für alle Unbilden des Lebens entdeckt und verbunden mit einem aggressiven, räuberischen Zugang Frauen gegenüber. Keiner bemerkt, wohin sich der schwächlich wirkende Junge entwickelt. Dass er manchmal aggressiv und gewalttätig ist, wird nicht beachtet. Mit 14 wird er zum Vergewaltiger. In einer abgelegenen Gegend lauert er einem Mädchen auf. Er bietet ihr an, sie zu begleiten. Dann wird er zudringlich. Da habe ich gesagt, meine Mutti kommt gleich. Und der hat auch nicht abgelassen. Dann hat er gesagt, ja, warte einen Moment. Und dann hat er mich in den Chausseekram geschmissen. Er hat ein Taschentuch aus meiner Tasche geholt und mir das Gesicht zugedeckt, damit ich ihn nicht erkennen sollte. Und wie er dann anfing, wollte er seine Hose alles aufmachen und so, habe ich das Taschentuch runtergerissen vom Gesicht. Und dann hat er gemerkt, halt, stopp. Und hat mich dann rumgeschmissen und hat mich mit dem Gesicht in den Maulwurfhaufen gesteckt. Und da ich aber das Gesicht zur Seite gehabt habe, war es mein Glück, dass ich nicht erstickt bin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich zur Seite. So, und dann hat er, wie gesagt, da habe ich mich gewehrt und hat er sein Geschäft da gemacht von hinten. Er kam aber nicht viel ran, weil ich den Hintern, sage ich mal, so wie es ist, alles zugekniffen habe. Also ich habe sämtliche Sachen, die ich hatte, versucht zu machen. Und dann, wie er fertig war, hat er mich nochmal richtig genommen und richtig reingestuckt. Und da habe ich gedacht, jetzt bleibe ich liegen und du sagst keinen Ton. Du musst irgendwo jetzt Geduld haben. Heinrich Pomerenke kann untertauchen. Er bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er eine Malerlehre. Bei seinem Opfer hinterlässt seine Tat für immer Spuren. Ich bin auch nie alleine mehr geblieben von dem Tag an. Ich habe immer Angstgefühle gehabt, wenn meine Eltern wirklich mal, sage ich, zum Nachbar gegangen sind. Und dann habe ich unter das Bett geguckt, überall Licht angemacht, in den Zimmern überall geguckt. Und alles nur immer, ob da einer ist. Es bleibt nicht sein einziger Überfall. Am selben Tatort lauert er zwei Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten. Ihre Freundin lockt er ins Dickicht und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird Pomerenke geschnappt. Zum ersten Mal muss er auf ein Polizeirevier. Er ist knapp 17. Es gibt so wahrscheinlich einen genetisch-körperlichen Anteil, der für solche Delikte verantwortlich ist. Es gibt einen, der hat was mit der Frühenentwicklung zu tun und mit den erlebten Beziehungen. Und dann noch einen aktuellen, und das sind die schlechten Zeiten, die viele Menschen in Richtung Kriminalität treiben und prägen. Also für mich war es einfach mein lieber Bruder, mein großer Beschützer. Er war immer für mich da. Ich kann mich ja nicht für meinen Bruder entschuldigen. Ich kann das nicht, aber ich leide, Sie sehen es ja, ich leide genauso darunter. Dass er so viel Leid über so viele Menschen gebracht hat, das wusste ja ich nicht mal. Nach dem Verhör bei der Polizei schicken ihn die Beamten zurück zu den Großaltern. Doch er fürchtet sich vor deren Strafe und verschwindet. Zu Fuß schlägt er sich in den Westen durch. In Berlin-Zehlendorf wird er nach Tagen aufgegriffen. Er macht einen verwahrlosten Eindruck. Die Beamten haben Mitleid mit dem jungen Flüchtling aus der DDR, der angibt, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte. Wahrheitsgemäß berichtet er, warum er flüchtete. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir ein, ein etwa zehnjähriges Mädchen vergriffen hatte. Durch zwei Frauen erfuhr es ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Darauf verließ ich die DDR. Für die westdeutschen Beamten ist der Übergriff eine harmlose Pubertätserscheinung. In einem Brief erklärt die Mutter, dass sie ihn aufnehmen will. Es sei nun wie es sei. Ich bin und bleibe die Mutter und verstoße ihn nicht. Man würde sicherlich heute so etwas genauer abklären, als man das damals gemacht hat. In der Zeit ist es so gewesen, dass zum Teil Sexualdelikte, zumindest wenn es erste Delikte waren, noch nicht so differenziert abgeklärt worden sind. Heinrich Pomerenke darf nach Zürich zur Mutter. Auch seine Schwester lebt dort inzwischen, nach drei Jahren allein im Heim. Warum die Mutter die Kinder allein gelassen hat, bleibt ein Geheimnis. Jetzt leben alle drei unter einem Dach. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Das war das. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Auf der Kirmes in Schaffhausen findet Pomerenke Arbeit. Eigentlich alles gut. Die Familie ist zusammen und er ist versorgt. Doch nur vier Wochen bleibt er unauffällig. Dann vergreift er sich hinter dem Autoscooter an einem Mädchen. Er wird gefasst und kommt 40 Tage in Haft. Danach wird er ausgewiesen. Er darf die Schweiz zehn Jahre nicht mehr betreten. Die deutschen Behörden erfahren nichts von seinen Straftaten. So kann er unbehelligt durchs Land reisen. Überall hinterlässt er neue Opfer. In Bregenz, Karlsruhe, Düsseldorf. 1957 kommt er in Hamburg an. Er geht Gelegenheitsarbeiten nach, aber seine Hauptbeschäftigung ist die Suche nach Opfern. Fast täglich streicht er jetzt durch die Stadt. Er entblößt sich vor Kindern, überfällt und vergewaltigt mindestens acht Frauen. Als er in einen Kiosk einbricht, um Briefmarken zu stehlen, wird er erwischt. Er bekommt sechs Monate Haft im Jugendgefängnis. Seine Sexualstraftaten bleiben unentdeckt. Er hatte den Glauben, dass er das Produkt einer Vergewaltigung ist und dass die Mutter ihn eher abtreiben wollte als austragen. Und dass alles sich auf ihn niedergeschlagen hätte und so eine merkwürdige Mischung aus Idealisierung von Frauen und Hass auf Frauen erzeugt hatte. Und so weit hat er seine Situation selbst beschrieben. Die Akte Pomerenke aus Hamburg. Für die Polizei ist er ein ganz normaler Dieb. In Wirklichkeit ist er ein hochgefährlicher Sexualstraftäter. Nach einem halben Jahr Haft kommt er frei. Hemmungen oder moralische Grenzen kennt er nicht mehr. Wie ein Getriebener reist er jetzt umher, vor allem in Süddeutschland. Jeden Tag hält er sich woanders auf. Er kauft sich Sexhefte und Liebespillen, geht fast täglich ins Kino. Seine Gedanken kreisen fast nur noch um Lustbefriedigung. Am Abend des 26. Februar 1959 besucht er den Film Die Zehn Gebote. Du sollst nicht töten. Das Volk begeht eine große Sünde. Du sollst nicht töten, überhört Pomerenke. Stattdessen kommt bei ihm etwas anderes an. Eine Rechtfertigung für seine Gewaltfantasien gegen Frauen. Hier ist ein Opfer für unseren Gott. Gebt den Weg frei für Gartan. Er hatte sich mit Moses identifiziert, der irgendwelchen Prüfungen ausgesetzt ist, die er bestehen muss. Und das Ganze klang schon an der Grenze zu einem psychotischen Erleben, wie er das verarbeitet hat. Pomerenke nimmt sich vor, nach dem Kino eine Frau zu töten. Dann will er sich an ihr vergehen. Eine 17-Jährige kann entkommen. Doch wenig später begegnet er der 49-jährigen Hilde Konter am Stadtrand. Er tötet sie und vergeht sich an ihr. Nach der Tat trinkt er die Dosen Milch aus ihrer Einkaufstasche. Als die Polizei die Leiche findet, ahnt sie nicht, dass sie es mit einem Serientäter zu tun hat. Und das bleibt lange so. Denn die Ermittler sind überfordert. Es gab damals nur einen Funkstreifenwagen, aber der war beim Verkehrsdienst angesiedelt. Also die Kollegen, die auf dem Polizeiposten Dienst gemacht haben, die haben ein Motorrad gehabt und einen Mofa und ein Fahrrad. Mehr gab es da nicht. Und da gab es auch keinen Funk. Und die einzige Kommunikationsmöglichkeit, die wir hatten, war ein Telefon. Fast täglich wechselt Pomerenke jetzt seinen Aufenthaltsort. Per Anhalter, mit der Bahn, zu Fuß. Kurze Zeit später, der zweite Mord. Auch Karin Welde wird grausam getötet. Wieder tappt die Polizei im Dunkeln. Den Zusammenhang zwischen beiden Morden kann sie nicht sehen. Im Grunde genommen hat sich die Tätigkeit ja darauf beschränkt, etwa Hinweise entgegenzunehmen nach Fahndungsaufrufe. Oder eigentlich einmal, und das war natürlich auch ein Primat der damaligen Polizeiposten, dass die Postenbeamte ihre Leute gekannt haben. Und wenn da ein Fremder kam, hat man nicht mehr kontrolliert, wo könnte er herkommen und so weiter. Pomerenke entzieht sich den Ermittlern. Obwohl er in der Schweiz Einreiseverbot hat, wagt er sich nach Zürich. An einer Trambahn-Haltestelle trifft er zufällig seine Schwester. Er hat mir gesagt, unsere Mutti kriegt ein Andenken, dass sie das ganze Leben lang dran denken wird. Und ich habe ihm zur Antwort gesagt, mach du dich nur nicht selber unglücklich. Er hat, als die Mutter einen anderen Mann gefunden hat, immer wieder Kontakt zur Mutter gefunden, gefunden oder gesucht und gefunden. Und die Mutter als ein großes Muttertier erlebt eigentlich, die ständig Männer braucht, um Kinder zeugen zu können. Ich spreche jetzt über sein Fantasieleben, so hat er sich das vorgestellt. Und das hat offensichtlich sein Frauenbild geprägt. Der Mutter tut er nichts. Aber zurück in Deutschland lebt er seine Gewaltfantasien ungehemmt weiter aus. Im Sommer 1959 besteigt er den Nachtzug Hamburg-Basel-Albenga. In Heidelberg steigt die 22-jährige Dagmar Klimek mit zwei Freundinnen zu. Eigentlich wollen die drei Frauen dasselbe Abteil, aber ihre Plätze wurden falsch reserviert. Zwei von den Mädchen oder jungen Frauen waren in dem Abteil, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, zehn, sag ich mal. Und in Abteil 11 war dann Dagmar Klimek. Und sie war alleine. Dagmar Klimek fürchtet sich allein und bittet den Zugpagen zu ihren Freundinnen zu dürfen. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht übersehen, ob wir noch Gäste in Freiburg kriegen. Es konnte sogar noch sein, dass wir Gäste in Basel dazukriegten. Sodass also dann eine Komplikation, dann schlafen die Leute und dann gibt es eine Komplikation, dann wollen die Leute auf ihren Platz und dann ist es halt ein Durcheinander. Etwas später macht der Reiseleiter seine Runde. Nicht weit entfernt von Dagmar Klimek sitzt ein Gast, der keinen Platz reserviert hat. Er wollte ganz gerne ein bisschen alleine sein. Gott, ich konnte es ihm nicht verbieten. Warum? Das Abteil war ja leer. Es waren ja keine Gäste da. Und wir haben ganz kurz gesprochen und dann ging ich weiter. Der Zug nimmt Fahrt auf. Immer schneller rast er Richtung Basel. Irgendwann fällt auch dem Zugpagen der Alleinreisende auf. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Also eine etwas, wie soll man das nennen, geknebelte Sprache. Nur ein paar Abteile entfernt hat sich Dagmar Klimek inzwischen beruhigt und ist eingeschlafen. Das Bild werde ich ja nicht mehr losen, nicht? Wie das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief. Und ich mache noch das Licht aus. Hätte ich sie nicht wecken können, frage ich, fragte ich mich ja damals. Habt sie ja nicht geweckt. Sie hat doch nicht gestört, dass sie da lag. Das Abteil war leer, nicht? Rolf Huter und Joachim Pragerl ahnen nicht, dass ein Mörder sein Opfer sucht. Mitten in der Nacht hat er es gefunden. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen 2 Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er, alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine zwei, drei Stunden, wir waren es nie, irgendwo über Platz war meistens in dem Reiseleiterabteil. Da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum, Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomerenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um drei Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. Vier Tage später findet die Polizei Dagmar Klimeks Leiche. Pomerenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragal, der die jungen Frauen in getrennten Abteilen untergebracht hatte. Jedenfalls war ich im Verdacht, ein Sexualmörder zu sein. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Lage. Der brutale Mord im Zug erschüttert die Öffentlichkeit. Sie nimmt Anteil an der fieberhaften Suche nach dem Mörder. Nach langen Verhören kann der Zugpage die Polizei von seiner Unschuld überzeugen. Aber er selbst macht sich Vorwürfe. Und nun kann man sich ja nüchtern sagen, wieso ich habe getan, was meine Aufgabe war. Aber das Nüchterne ist eine Sache. Und das schlechte Gewissen oder Schuldgefühle, die man hat, ist eine andere. Und das ist eigentlich immer das Gewichtigere. Ich konnte nicht schlafen, wenn ich mal eindämmerte im Hause, schrie ich. Ich war sehr, sehr angetan. Und ich habe dann auch kurz darauf gekündigt, das konnte ich nicht mehr da. Dagmar Klimek ist noch keine 24 Stunden tot. Da sucht Pomerenke sein nächstes Opfer. In diesem Gasthof im Schwarzwaldort Hornberg hatte er vor Monaten kurzzeitig gearbeitet. Jetzt bricht er in die Küche ein, um sich Mordwerkzeuge zu besorgen. Er will weiter töten. Für seine Lust. Von dem, was ich weiß, gehe ich nicht davon aus, dass es eine spezielle Attraktivität hat, dass die Opfer tot sind. Sondern das generelle Muster ist, dass die Opfer möglichst gut verfügbar sind. Verfügbar heisst, möglichst keine Gegenwehr zeigen, dass Herr Pomerenke mit ihnen machen kann, was er will. Das kann er mit einer bewusstlosen Person, das kann er auch mit einer toten Person. Die Angst geht um bei den Frauen der Gegend. So wie bei Hildegard Pott. Es war schockierend natürlich, weil man da in der Nähe wohnt. Und dann denkt man, oh, er soll doch nicht bei uns auch vorbeikommen oder so, weil wir hatten ein Restaurant. Trotzdem geht sie zu Fuß zur Arbeit nach Trieberg. Ihr Weg führt sie mitten durch den Wald. Irgendwann bemerkt sie einen Mann, der sie verfolgt, am helllichten Tag. Und dann hatte ich Angst. Ich denke, oh, jetzt wenn ich hier oben in der Kurve bin und dann renne ich, dann sieht er mich nicht. Und auf einmal hatte ich zwei Schläge auf meinem Kopf. Auf einmal habe ich meine Hände genommen und gefühlt. Und dann merkte ich das Warme auf meinem Rücken. Und dann hatte ich alles Blut und Haare ineinander. Und dann habe ich eigentlich erst geschrien um Hilfe. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Angriff. Noch heute trägt sie zwei lange Narben auf dem Kopf. Und noch etwas hat sie zurückbehalten. Zu Hause, wo ich ging, immer Angst vor dem Mond selbst. Wenn der Mond schien und ich schaue zurück und ich sah meinen Schatten hinten. Und dann schrocke ich furchtbar. Dann denke ich, da steht jemand hinter mir. Von der seriösen Tageszeitung bis zur Bild-Zeitung. Überall machen die Morde Schlagzeilen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Nach einem Hinweis durchsuchen Beamte eine Laubensiedlung, in der sich der Mörder aufhalten soll. Das war eigentlich meine erste Durchsuchungsaktion, wo ich damals, wo wir alle mit vorgehaltenem Gewehr eine Durchsuchung gemacht haben. Das hat es später gegeben in Maschinenpistole, in den RAF-Zeiten, also in Terrorismuszeiten. Aber nach dem Krieg war das eigentlich die erste Fahndung, die ich dann so erlebt habe, wo man gewusst hat, er ist bewaffnet. Wo man gewusst hat, es ist gefährlich, indem man so nach Indus sucht hat. Doch Pomerenke sitzt in keiner Gartenlaube. Er ist bei einem Schneider. Sein Anzug ist blutig. Er bestellt einen neuen. Als er den Laden verlässt, vergisst er seine Aktentasche. Der Schneider öffnet sie und traut seinen Augen nicht. Neben der Pistole entdeckt er ein blutiges Sakko und alarmiert die Polizei. Als Pomerenke seine Tasche abholen will, wird er im Geschäft vom örtlichen Beamten schon erwartet und abgeführt. Auf einmal macht der junge Mann einen Satz und zack, da geht es etwas bergauf, den Weg hoch. Und der Schandarm hat sein Fahrrad hingeworfen und schrie, bleiben Sie stehen oder hier sowas. Verfolgungsjagd mitten durch Hornberg. Pomerenke flüchtet, der Polizist rennt hinterher. Da waren vier oder fünf junge Männer. Und die haben ja den Schandarm schreien hören, haben den jungen Mann da drinnen hören oder gesehen und sind dem nach. Nicht der Schandarm hat den verwischt. Natürlich war man auch hier als Polizist froh, aus diesem Fahndungsdruck und auch von den Erwartungen der Bevölkerung, die bei einer solchen Straftat ja immer mitschwingen, ermittelt den die Polizei oder nicht, kann den nicht festnehmen und so weiter, dass man da auch dieslerer Seite aus dann entlastet war. Kurz nach der Verhaftung. Eine Frau erkennt in der Verbrecherkartei Pomerenke als den Mann, der sie vergewaltigt hat. Ist der Polizei der große unbekannte Frauenmörder ins Netz gegangen? Stundenlange Verhöre folgen, doch Pomerenke streitet alles ab. Haben es die Beamten mit einem besonders cleveren Verbrecher zu tun? Im Grunde genommen kann man ja den Begriff, glaube ich, Cleverness für einen Menschen, der so grausam mordet, nicht anwenden. Er hat sich in einer Kategorie bewegt, wo den normalen Menschen eigentlich unvorstellbar ist. Erst als die Beamten vor seinen Augen Blut- und Haarproben von seinem Sakko entnehmen, die sie mit den Proben der Opfer vergleichen wollen, gibt er seinen Widerstand auf. Pomerenke gesteht alles und fertigt sogar detaillierte Tatortskizzen an. Er hat selber 65 Gewalttaten zugegeben, davon waren vier Morde und eine Reihe von schweren Vergewaltigungen. Das stimmt, dass er auf ihn am ehesten dieser Begriff der tickenden Zeitbombe zutraf. Täglich berichtet die Presse über neue Details seiner Taten. Wenn ich glaube, wenn er mir damals so schnell über die Finger gelaufen ist und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn selber umgebracht hätte, ich weiß es nicht. Das wäre vernünftig gewesen, dass er genauso gelitten, so hätte müssen gehen. Vor Gericht wirkt Pomerenke scheu und ängstlich. In Briefen fleht er seine Mutter an. Ich sehne mich so sehr danach, mit dir auszusprechen und bitte dich, mir doch diese Gelegenheit zu geben. Ich bitte dich, damit du meine Handlungen und meine Gefühle und Gedanken kennenlernst. Das Gericht addiert alle Straftaten. Pomerenke bekommt fünfmal lebenslänglich plus 15 Jahre, insgesamt 140 Jahre Zuchthaus. Zusätzlich ordnet das Gericht Sicherungsverwahrung an. Bei der Urteilsverkündung bricht seine Mutter in Tränen aus. Viele fordern eine noch härtere Strafe. Aufhängen. Ehrlich. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage, aber das war die Meinung. Pomerenke kommt nach Bruchsal, in eine Vollzugsanstalt, die als besonders ausbruchsicher gilt. Das Zuchthaus hat 108 Aufseher. Ihnen stehen 500 Gefangene gegenüber. Darunter berüchtigte Scheusale, für die keine Wand zu dick, keine Mauer zu hoch sein kann. Pomerenke ist ein schwieriger Gefangener. Immer wieder wird er in die berüchtigte Arrestzelle im Ekturm gesperrt. Er verbringt dort Wochen, Monate, Jahre. Da mussten die Bediensteten schon ganz schön hinlangen, um den überhaupt, da mussten vier, fünf, manchmal sogar noch mehr Bedienstete anpacken. Dann haben die den dahin geschleift. Und der hat sich gewehrt, so gut er konnte. Und da hat schon jeder mal was abgekriegt. Da hat auch ein Bediensteter mal einen Tritt abgekriegt, aber Pomerenke natürlich auch. Und je mehr er seinen Widerstand zelebriert hat, muss ich schon sagen, je mehr hat er abgekriegt. Die anderen Gefangenen meiden ihn. Mit einem, der Frauen und Mädchen vergewaltigt, wollen sie nichts zu tun haben. Dass einer durch das Leben hinter Gittern zu einem besseren Menschen wird, glauben damals die wenigsten. Ich bin der Ansicht, wenn man eine Strafe verdient hat, dann muss man auch dafür gerade stehen. Ich fühle an mir, dass ich nicht mehr so bin, wie ich bisher gewesen bin. Und ich glaube, dass ich meiner Frau sehr viel mitbringe, wenn ich hier herauskomme. Der Mensch als solcher im Inneren, glaube ich, lässt sich kaum ändern durch diese Maßnahme. 1968 entkommt Pomerenke unbemerkt aus seiner Zelle. Nachts schleicht er in die Buchbinderei. Doch dort gibt es keinen Ausgang. Er legt sich hin und schläft ein. Nach dem, was mir erzählt wurde, war das kein wirklicher Fluchtversuch. Sondern das war eine Demonstration. Er ist aus seiner Zelle raus, wohl durch Verbiegen der Tür und ist in einen anderen Raum eingedrungen. Die Angst sitzt tief. Der Justizminister in Erklärungsnot. Selbst wenn Pomerenke aber auf den Anstaltshof hätte kommen können, so wäre er an der sechs Meter hohen Umfassungsmauer der Landesstrafanstalt Buchsal gescheitert. Der gescheiterte Fluchtversuch bleibt für lange Zeit die letzte Energieleistung des Gefangenen. Pomerenke fügt sich in den immer gleichen Knastalltag. Psychologische Betreuung oder eine Therapie bekommt er nicht. Im Langstrafenvollzug masturbieren die Männer tagtäglich, was weiß ich wie lange. Das alles verändert ihr Verhältnis auch zur Sexualität und behindert sie später, wenn sie entlassen werden. Das wird also verbogen. Alle menschlichen Regungen, Essen, man isst alleine, immer alleine isst man in seiner Zelle. Da verroht man. Pomerenke hält stets zwei Teller und zwei Löffel beim Essen bereit, für den Fall, dass der Herr Jesus kommen sollte. Außer der Bibel fasst er kein einziges Buch an. Er ist sehr religiös geworden. Nach dem Tod der Mutter 1981 ist die Schwester sein letzter Kontakt nach draußen. Er schenkt ihr ein Bild aus dem Gefängnis. Gleichzeitig beklagt er sich, dass sie ihn zu selten besucht. Nur Vorwürfe, dann habe ich ihm, das habe ich ihm geschrieben, er hätte nicht das Recht, mir Vorwürfe zu machen. Denn er hätte so viel Leben, er hätte sein Leben versaut. Und all die anderen Leben, wo er auch kaputt gemacht hat, soll man ein bisschen mehr nachdenken. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, lass mich bitte in Ruhe. 33 Jahre verbringt Pomerenke jeden Tag hinter Gittern. Erst dann darf er das Gefängnis zum ersten Mal für ein paar Stunden verlassen, unter Bewachung. Die Anstalt stand ja auch ständig unter dem Druck der Öffentlichkeit, weil kaum wurde Pomerenke begutachtet. Standen schon einige Leute wieder vor dem Gefängnis und sagten, nie soll Pomerenke freikommen. Mir war klar, er wird nie etwas machen, wenn andere Leute dabei sind. Seine ganze Karriere war immer Einzelaktionen, nie im Zusammenhang mit anderen. Nie hat jemand zugeschaut bei dem, was er getan hat. Das war immer seine Sache. Das letzte Mal, als sich Pomerenke außerhalb von Gefängnismauern bewegte, hieß der deutsche Kanzler noch Adenauer. Die Mauer war noch nicht gebaut und erst recht noch nicht gefallen. Er hält es nicht lange aus draußen, will bald wieder zurück in seine Zelle. Kurze Zeit später erkrankt Pomerenke an Nierenkrebs. Die Ärzte geben ihm noch fünf Jahre zu leben. Jetzt beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall und entscheidet, Pomerenke muss entlassen werden, wenn er keine Gefahr mehr darstellt. Ich habe immer gesagt, gefährliche Leute dürfen nicht entlassen werden. Das sind wir unseren Mitbürgern schuldig. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Nur, es muss eben versucht werden, diese Gefährlichkeit zu überwinden. Und daran mangelt es. Gefangenentransport nach Hamburg. Ein Gutachter soll untersuchen, ob der mittlerweile fast 60-Jährige noch immer zu gefährlich ist für die Freiheit. Er kam eigentlich wie ein Einsiedler mit einem Bart, der sein Gesicht völlig abgedeckt hat. Nicht nur sein Gesicht, sondern auch seinen Mund. Sodass man beim Reden auch seine Lippen nicht sah, weil der Oberlippenbart so über die, wie ein Vorhang über seinen Mund hing, sodass man ihn kaum sah. Den Krebs hat Pomerenke mittlerweile überstanden. Aber ihn freizulassen, hält der Gutachter ohne Therapie und hormonelle Behandlung für zu riskant. Pomerenke bekommt 25 Therapiestunden bei einer Psychologin. Natürlich sind 25 Stunden gar nichts für so eine schwere Störung. Und das, was ich damals bei ihm erlebt hatte, war, dass er die Therapeutin primär als Frau gesehen hat, versucht hat, mit ihr berdut zu werden und irgendwie ihr näher zu kommen und nicht so richtig verstanden hat, was sie eigentlich von ihm will. Im Alter entwickelt Pomerenke ein neues Hobby. Er zieht ein Wettgeschäft im Gefängnis auf. Ansonsten scheinen seine Lebensgeister erloschen. Die Frage, ob man einen wie ihn bis zum Tod wegsperren darf, bleibt umstritten. 40 Jahre, 50 Jahre, das ist einfach, das ist meines Erachtens auch mit der Menschenwürde nicht vereinbar. Weil es nichts mehr bringt, es bringt nichts mehr. Es ist nur noch Rache und der Staat darf nicht rächen. Und man darf nicht vergessen, dass Herr Pomerenke in der Wahl seiner Mittel ja überhaupt nicht wählerisch ist. Da kommen Waffen zum Einsatz, Messer, da wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, da wurde ein Rasiermesser eingesetzt und auch ältere Personen können natürlich Waffen einsetzen, können trotzdem Menschen schwer verletzen. Und da gerade bei Herrn Pomerenke der Fall vorliegt, dass er da keine Hemmungen hat, ist das Alter oder die körperliche Fitness keine entscheidende Verminderung der Gefahr, die von Herrn Pomerenke ausgeht. Hätten Sie sich zugetraut, den wieder hinzukriegen, dass er raus kann? Ich sage, man hätte es probieren müssen. Im Dezember 2008 stirbt Heinrich Pomerenke in Haft, nach 49 Jahren hinter Gittern. Bis in den Tod verbreitet sein Name Angst und Schrecken. Ein Grab bekommt er nicht. Seine Asche wird heimlich irgendwo auf einem Gewässer verstreut. Erst jetzt atmen seine Opfer auf. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es gut, dass er nicht mehr unter den Menschen ist. Rast er Richtung Basel. Irgendwann fällt auch dem Zugpagen der Alleinreisende auf. Aufgefallen ist mir, dass die Sprache ein bisschen gedeckt war. So habe ich das in Erinnerung. Also eine etwas, wie soll man das nennen, geknebelte Sprache. Nur ein paar Abteile entfernt hat sich Dagmar Klimek inzwischen beruhigt und ist eingeschlafen. Das Bild werde ich ja nicht mehr losen. Das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief und ich mache noch das Licht aus. Hätte ich sie nicht wecken können, frage ich, fragte ich mich ja damals. Ne? Habt sie ja nicht geweckt. Sie hat doch nicht gestört, dass sie da lag. Das Abteil war leer, nicht? Rolf Huter und Joachim Pragerl ahnen nicht, dass ein Mörder sein Opfer sucht. Mitten in der Nacht hat er es gefunden. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen zwei Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er, alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine zwei, drei Stunden, wir waren es nie. Irgendwo über Platz war meistens in dem Reiseleiterabteil. Da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum, Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomerenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um drei Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. Vier Tage später findet die Polizei Dagmar Klimek's Leiche. Pomerenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragal, der die jungen Frauen in getrennt... Das ist nicht mehr los, nicht? Das Mädchen da auf dem Polster lag und schlief und ich mach noch das Licht aus. Hätte ich sie nicht wecken können, frage ich, fragte ich mich ja damals, ne? Habt sie ja nicht geweckt. Sie hat doch nicht gestört, dass sie da lag. Das Abteil war leer, nicht? Rolf Huter und Joachim Pragal ahnen nicht, dass ein Mörder sein Opfer sucht. Mitten in der Nacht hat er es gefunden. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen zwei Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er. Alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine zwei, drei Stunden, wir waren es nie. Irgendwo über Platz war meistens in dem Reiseleiterabteil. Da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum, Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomerenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um drei Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. Vier Tage später findet die Polizei Dagmar Klimek's Leiche. Pomerenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragal, der die jungen Frauen in getrennten Abteilen untergebracht hatte. Jedenfalls war ich im Verdacht, ein Sexualmörder zu sein. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Lage. Der brutale Mord im Zug erschüttert die Öffentlichkeit. Sie nimmt Anteil an der fieberhaften Suche nach dem Mörder. Nach langen Verhören kann der Zugpage die Polizei von seiner Unschuld überzeugen. Aber er selbst macht sich Vorwürfe. Ehrlich? Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Aber das war die Meinung. Pomerenke kommt nach Bruchsal, in eine Vollzugsanstalt, die als besonders ausbruchsicher gilt. Das Zuchthaus hat 108 Aufseher. Ihnen stehen 500 Gefangene gegenüber. Darunter berüchtigte Scheusahle, für die keine Wand zu dick, keine Mauer zu hoch sein kann. Pomerenke ist ein schwieriger Gefangener. Immer wieder wird er in die berüchtigte Arrestzelle im Eckturm gesperrt. Er verbringt dort Wochen, Monate, Jahre. Da mussten die Bediensteten schon ganz schön hinlangen. Da mussten vier, fünf, manchmal sogar noch mehr Bedienstete anpacken. Dann haben die den dahin geschleift. Und der hat sich gewehrt, so gut er konnte. Und da hat schon jeder mal was abgekriegt. Da hat auch ein Bediensteter mal einen Tritt abgekriegt, aber Pomerenke natürlich auch. Und je mehr er seinen Widerstand zelebriert hat, muss ich schon sagen, je mehr hat er abgekriegt. Die anderen Gefangenen meiden ihn. Mit einem, der Frauen und Mädchen vergewaltigt, wollen sie nichts zu tun haben. Dass einer durch das Leben hinter Gittern zu einem besseren Menschen wird, glauben damals die wenigsten. Ich bin der Ansicht, wenn man eine Strafe verdient hat, dann muss man auch dafür gerade stehen. Ich fühle an mir, dass ich nicht mehr so bin, wie ich bisher gewesen bin. Und ich glaube, dass ich meiner Frau sehr viel mitbringe, wenn ich ihr herauskomme. Der Mensch als solcher im Inneren, glaube ich, lässt sich kaum ändern durch diese Maßnahme. 1968 entkommt Pomerenke unbemerkt aus seiner Zelle. Nachts schleicht er in die Buchbinderei. Doch dort gibt es keinen Ausgang. Er legt sich hin und schläft ein. Nach dem, was mir erzählt wurde, war das kein wirklicher Fluchtversuch. Sondern das war eine Demonstration. Er ist aus seiner Zelle raus, wohl durch Verbiegen der Tür, und ist in einen anderen Raum eingedrungen. Die Angst sitzt tief. Der Justizminister in Erklärungsnot. Selbst wenn Pomerenke aber auf den Anstaltshof hätte kommen können, so wäre er an der sechs Meter hohen Umfassungsmauer der Landesstrafanstalt Buchsal gescheitert. Der gescheiterte Fluchtversuch bleibt für lange Zeit die letzte Energieleistung des Gefangenen. Pomerenke fügt sich in den immer gleichen Knastalltag. Psychologische Betreuung oder eine Therapie bekommt er nicht. Im Langstrafenvollzug masturbieren die Männer tagtäglich, was weiß ich wie lang. Das alles verändert ihr Verhältnis auch zur Sexualität und behindert sie später, wenn sie entlassen werden. Das wird also verbogen. Er setzt sich zu Dagmar Klimek ins Abteil. Wenn ich gesagt hätte, klar, können Sie alle drei in dieses Abteil gehen, dann hätte es verhindert werden können. Gegen zwei Uhr nachts sucht Dagmar Klimek die Toilette auf. Sie bemerkt nicht, dass ihr der Mann aus dem Abteil folgt. Alles, was jetzt passiert, hat er detailliert geplant. Bei voller Fahrt öffnet er die Zugtür. Dann wartet er. Alle anderen schlafen. Wir waren schon ziemlich an die Grenze gekommen. Ich konnte meine zwei, drei Stunden, wir waren es nie. Irgendwo über Platz war meistens in dem Reiseleiterabteil. Da konnte ich mich hinlegen. 120 Stundenkilometer fährt der Zug, als Dagmar Klimek die Toilette verlässt. Pomerenke stößt die Frau aus dem Zug. Dann zieht er die Notbremse. Es geht Herrn Pomerenke darum, Opfer möglichst verfügbar zu machen, das möglichst sicher zu tun. Und da ist die Idee, die ihm dann gekommen ist, eine Person aus dem Zug zu werfen, die dann ja hilflos ist, schwer verletzt, passt genau in dieses Muster, das sich auch zeigt, wenn er zum Beispiel ein Messer einsetzt oder wenn er die Person bis zur Bewusstlosigkeit wirkt oder tötet. Als der Zug steht, springt Pomerenke heraus, um Dagmar Klimek zu suchen. Die Freundinnen aus dem anderen Abteil schrecken nur kurz hoch, wie sie später zu Protokoll geben. Ungefähr um drei Uhr hörte Inge schreckliche Schreie. Sie wachte auf und weckte uns alle. Wir alle sagten, sie hätte bestimmt geträumt. Vier Tage später findet die Polizei Dagmar Klimeks Leiche. Pomerenke hatte sie in der Nacht schwer verletzt gefunden, dann getötet, dann missbraucht. Die Polizei verhört Joachim Pragal, der die jungen Frauen in getrennten Abteilen untergebracht hatte. Jedenfalls war ich im Verdacht, ein Sexualmörder zu sein. Und das ist ja nun nicht gerade eine angenehme Lage. Der brutale Mord im Zug erschüttert die Öffentlichkeit. Sie nimmt Anteil an der fieberhaften Suche nach dem Mörder. Nach langen Verhören kann der Zugpage die Polizei von seiner Unschuld überzeugen. Aber er selbst macht sich Vorwürfe. Und nun kann man sich ja nüchtern sagen, wieso ich habe getan, was meine Aufgabe war. Aber das Nüchterne ist eine Sache. Und das schlechte Gewissen oder Schuldgefühle, die man hat, ist eine andere. Und das ist eigentlich immer das Gewichtigere. Ich konnte nicht schlafen, wenn ich mal eindämmerte im Hause, schrie ich. Ich war sehr bei sehr Anke. Ich versuchte zu machen und dann, wie er fertig war, hat er mich nochmal richtig genommen und richtig reingestuckt. Und da habe ich gedacht, jetzt bleibe ich liegen und du sagst keinen Ton. Du musst irgendwo jetzt Geduld haben. Heinrich Pomerenke kann untertauchen. Er bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er eine Malerlehre. Bei seinem Opfer hinterlässt seine Tat für immer Spuren. Ich bin auch nie alleine mehr geblieben von dem Tag an. Ich habe immer Angstgefühle gehabt, wenn meine Eltern wirklich mal zum Nachbar gegangen sind. Dann habe ich unter das Bett geguckt, überall Licht angemacht, in den Zimmern überall geguckt. Und alles nur immer, ob da einer ist. Es bleibt nicht sein einziger Überfall. Am selben Tatort lauert er zwei Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten. Ihre Freundin lockt er ins Dickicht und versucht sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird Pomerenke geschnappt. Zum ersten Mal muss er auf ein Polizeirevier. Er ist knapp 17. Es gibt so wahrscheinlich einen genetisch-körperlichen Anteil, der für solche Delikte verantwortlich ist. Es gibt einen, der hat was mit der Frühenentwicklung zu tun und mit den erlebten Beziehungen. Und dann noch einen aktuellen, und das sind die schlechten Zeiten, die viele Menschen in Richtung Kriminalität treiben und prägen. Also für mich war es einfach mein lieber Bruder, mein großer Beschützer. Er war immer für mich da. Ich kann mich ja nicht für meinen Bruder entschuldigen. Ich kann das nicht, aber ich leide, Sie sehen es ja, ich leide genauso darunter. Dass er so viel Leid über so viele Menschen gebracht hat, das wusste ja ich nicht mal. Nach dem Verhör bei der Polizei schicken ihn die Beamten zurück zu den Großaltern. Doch er fürchtet sich vor deren Strafe und verschwindet. Zu Fuß schlägt er sich in den Westen durch. In Berlin-Zehlendorf wird er nach Tagen aufgegriffen. Er macht einen verwahrlosten Eindruck. Die Beamten haben Mitleid mit dem jungen Flüchtling aus der DDR, der angibt, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte. Wahrheitsgemäß berichtet er, warum er flüchtete. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir ein, ein etwa zehnjähriges Mädchen vergriffen hatte. Durch zwei Frauen erfuhr es ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Darauf verließ ich die DDR. Für die westdeutschen Beamten ist der Übergriff eine harmlose Pubertätserscheinung. In einem Brief erklärt die Mutter, dass sie ihn aufnehmen will. Es sei nun, wie es sei. Ich bin und bleibe die Mutter und verstoße ihn nicht. Man würde sicherlich heute so etwa... ...merkt, wohin sich der schwächlich wirkende Junge entwickelt. Dass er manchmal aggressiv und gewalttätig ist, wird nicht beachtet. Mit 14 wird er zum Vergewaltiger. In einer abgelegenen Gegend lauert er einem Mädchen auf. Er bietet ihr an, sie zu begleiten. Dann wird er zudringlich. Da habe ich gesagt, meine Mutti kommt gleich. Und der hat auch nicht abgelassen. Dann hat er gesagt, ja, warte einen Moment. Und dann hat er mich in den Chausseekram geschmissen. Er hat ein Taschentuch aus meiner Tasche geholt und mir das Gesicht zugedeckt, damit ich ihn nicht erkennen sollte. Und wie er dann anfing, wollte er seine Hose alles aufmachen und so, habe ich das Taschentuch runtergerissen vom Gesicht. Und dann hat er gemerkt, halt, stopp. Und hat mich dann rumgeschmissen und hat mich mit dem Gesicht in den Maulwurfhaufen gesteckt. Und da ich aber das Gesicht zur Seite gehabt habe, war es mein Glück, dass ich nicht erstickt bin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich zur Seite. Und dann hat er, wie gesagt, da habe ich mich gewehrt und hat er sein Geschäft da gemacht von hinten. Er kam aber nicht viel ran, weil ich den Hintern, sage ich mal, so wie es ist, alles zugekniffen habe. Also ich habe sämtliche Sachen, die ich hatte, versucht zu machen. Und dann, wie er fertig war, hat er mich nochmal richtig genommen und richtig reingestuckt. Und da habe ich gedacht, jetzt bleibe ich liegen und du sagst keinen Ton. Du musst irgendwo jetzt Geduld haben. Heinrich Pomerenke kann untertauchen. Er bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er eine Malerlehre. Bei seinem Opfer hinterlässt seine Tat für immer Spuren. Ich bin auch nie alleine mehr geblieben von dem daran. Ich habe immer Angstgefühle gehabt, wenn meine Eltern wirklich mal zum Nachbar gegangen sind. Dann habe ich unter das Bett geguckt, überall Licht angemacht, in den Zimmern überall geguckt. Und alles nur immer, ob da einer ist. Es bleibt nicht sein einziger Überfall. Am selben Tatort lauert er zwei Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten. Ihre Freundin lockt er ins Dickicht und versucht sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird Pomerenke geschnappt. Zum ersten Mal muss er auf ein Polizeirevier. Er ist knapp 17. Es gibt so wahrscheinlich einen genetisch-körperlichen Anteil, der für solche Delikte verantwortlich ist. Es gibt einen, der hat was mit der Frühen Entwicklung zu tun und mit den erlebten Beziehungen. Und dann noch einen aktuellen, und das sind die schlechten Zeiten, die viele Menschen in Richtung Kriminalität treiben und prägen. Also für mich war es einfach mein lieber Bruder, mein großer Beschützer. Er war immer für mich da. Ich kann mich ja nicht für meinen Bruder entschuldigen. Ich kann das nicht, aber ich leide, Sie sehen es ja, ich leide genauso darunter, dass er so... Er tröstet sich auf seine Weise. Er ist schon in der Schule aufgefallen, durch übermäßige sexuelle Aktivitäten. Also er hat schon sehr früh die Sexualität als eine Art Selbsttröstung für alle Umbilden des Lebens entdeckt und verbunden mit einem aggressiven, räuberischen Zugang Frauen gegenüber. Keiner bemerkt, wohin sich der schwächlich wirkende Junge entwickelt. Dass er manchmal aggressiv und gewalttätig ist, wird nicht beachtet. Mit 14 wird er zum Vergewaltiger. In einer abgelegenen Gegend lauert er einem Mädchen auf. Er bietet ihr an, sie zu begleiten. Dann wird er zudringlich. Da habe ich gesagt, meine Mutti kommt gleich. Und der hat auch nicht abgelassen. Dann hat er gesagt, ja, warte einen Moment. Und dann hat er mich in den Chausseekram geschmissen. Er hat ein Taschentuch aus meiner Tasche geholt und mir das Gesicht zugedeckt, damit ich ihn nicht erkennen sollte. Und wie er dann anfing, wollte er seine Hose alles aufmachen und so, habe ich das Taschentuch runtergerissen vom Gesicht. Und dann hat er gemerkt, halt, stopp. Und hat mich dann rumgeschmissen und hat mich mit dem Gesicht in den Maulwurfhaufen gesteckt. Und da ich aber das Gesicht zur Seite gehabt habe, war es mein Glück, dass ich nicht erstickt bin. Das hat er nicht mitgekriegt, dass ich zur Seite. So, und dann hat er, wie gesagt, da habe ich mich gewehrt und hat er sein Geschäft da gemacht von hinten. Er kam aber nicht viel ran, weil ich den Hintern, sage ich mal, so wie es ist, alles zugekniffen habe. Also ich habe sämtliche Sachen, die ich hatte, versucht zu machen. Und dann, wie er fertig war, hat er mich nochmal richtig genommen und richtig reingestuckt. Und dann habe ich gedacht, jetzt bleibe ich liegen und du sagst keinen Ton. Du musst irgendwo jetzt Geduld haben. Heinrich Pomerenke kann untertauchen. Er bleibt ungestraft. Wenig später beginnt er eine Malerlehre. Bei seinem Opfer hinterlässt seine Tat für immer Spuren. Ich bin auch nie alleine mehr geblieben von dem Tag an. Ich habe immer Angstgefühle gehabt, wenn meine Eltern wirklich mal, sag ich, zum Nachbar gegangen sind. Dann habe ich unter das Bett geguckt, überall Licht angemacht, in den Zimmern überall geguckt. Und alles nur immer, ob da einer ist. Es bleibt nicht sein einziger Überfall. Am selben Tatort lauert er zwei Mädchen auf. Die eine fordert er auf, sein Fahrrad zu halten. Ihre Freundin lockt er ins Dickicht und versucht sie zu vergewaltigen. Doch diesmal wird Pomerenke geschnappt. Zum ersten Mal muss er auf ein Polizeirevier. Er ist knapp 17. Es gibt so wahrscheinlich einen genetisch-körperlichen Anteil, der für solche Delikte verantwortlich ist. Heute wissen wir, dass die sogenannten Early Starter, die sehr früh mit antisozialen kriminellen Verhalten auffallen und mit Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber und Impulsivität, dass die sehr oft eine Entwicklung nehmen, die sehr schwer beeinflussbar ist. 1949 ändert sich für die Pomerenke-Kinder schlagartig ihr ganzes Leben. Ich habe nur einen Menschen gehasst in meinem ganzen Leben und die hasse ich heute noch. Und das ist meine Mutter. Wenn die äußern uns nicht in den Stich gelassen hätten, wäre das nicht so weit gekommen. 100 Prozent. Von einem Tag auf den anderen verlässt die Mutter Bentwisch und zieht in die Schweiz, nach Zürich. Johanna Pomerenke lässt alles zurück, sogar die eigenen Kinder. Ja, ich wusste erst gar nicht, wo meine Mutter ist. Es hat nur einfach geheißen, Mutti geht schnell weg, die kommt gerade wieder. Und dann war ich alleine da. Die Schwester muss ins Heim, ohne den Bruder. Der zwölfjährige Heinrich hat Glück. Er kommt ins mecklenburgische Malchin, zu den Großeltern. Sie hat es schön gehabt bei den Großeltern. Sie waren vielleicht ein bisschen zu alt, dass sie ihn noch aufziehen konnten. Das habe ich das Gefühl. Und das hat er wahrscheinlich auf seine Weise ausgenutzt. Da konnte Oma und Opa gut unter den Finger wickeln. Das war so. Malchin liegt in der russisch besetzten Ostzone. Die Einwohner haben nicht viel nach dem Krieg. Heinrichs Großvater ist behindert. Für den Enkel bleibt wenig. Aber man hilft sich gegenseitig. Wenn die Radtouren gemacht haben von der Schule aus, hatte er kein Pausenbrot, kein Brot mit. Und er wollte aufgrund dessen auch nicht mitfahren, weil es ihm peinlich gewesen ist. Alle hatten was zu essen, nur er nicht. Und ich weiß hier von Heinz Niemann, dass auch die Eltern ihm Brote geschnitten haben und meine Mutter ihm Brot gegeben hat und auch Kuchen gebacken hat, wenn wir Kuchen hatten. Welche Tage war er nicht ansprechbar und andere Tage, dann war er wie aufgedreht. So richtig lustig und ob es mit zu Hause zusammengehongen hat oder ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und manchmal hat er ihn angeguckt, ich glaube, als er ihn durchgeguckt hat. Also so ein stierer Blick. Heinrich hat keine besonderen Interessen. Nur ein Hobby des Großvaters zieht ihn magisch an. Briefmarken. Eines Nachts kann er nicht mehr widerstehen. Er bestiehlt seinen eigenen Opa. Er hat seine Großeltern schon geliebt. Irgendwie schon, aber trotzdem. Ich weiß nicht, was in den Menschen vorgegangen ist. Ich kann es nicht sagen. In Berlin-Zehlendorf wird er nach Tagen aufgegriffen. Er macht einen verwahrlosten Eindruck. Die Beamten haben Mitleid mit dem jungen Flüchtling aus der DDR, der angibt, dass er zu seiner Mutter nach Zürich möchte. Wahrheitsgemäß berichtet er, warum er flüchtete. Am 16.05.1953 verließ ich die DDR, da ich mir an ein etwa zehnjähriges Mädchen vergriffen hatte. Durch zwei Frauen erfuhr es ein Volkspolizist, der mich stellte und zur Wache brachte. Darauf verließ ich die DDR. Für die westdeutschen Beamten ist der Übergriff eine harmlose Pubertätserscheinung. In einem Brief erklärt die Mutter, dass sie ihn aufnehmen will. Es sei nun, wie es sei. Ich bin und bleibe die Mutter und verstoße ihn nicht. Man würde sicherlich heute so etwas genauer abklären, als man das damals gemacht hat. In der Zeit ist es so gewesen, dass zum Teil Sexualdelikte, zumindest wenn es Erstdelikte waren, noch nicht so differenziert abgeklärt worden sind. Heinrich Pomerenke darf nach Zürich zur Mutter. Auch seine Schwester lebt dort inzwischen, nach drei Jahren allein im Heim. Warum die Mutter die Kinder allein gelassen hat, bleibt ein Geheimnis. Jetzt leben alle drei unter einem Dach. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Das war das. Ich hatte Heimweh nach Mutti. Auf der Kirmes in Schaffhausen findet Pomerenke Arbeit. Eigentlich alles gut. Die Familie ist zusammen und er ist versorgt. Doch nur vier Wochen bleibt er unauffällig. Dann vergreift er sich hinter dem Autoscooter an einem Mädchen. Er wird gefasst und kommt 40 Tage in Haft. Danach wird er ausgewiesen. Er darf die Schweiz zehn Jahre nicht mehr betreten. Die deutschen Behörden erfahren nichts von seinen Straftaten. So kann er unbehelligt durchs Land reisen. Überall hinterlässt er neue Opfer. In Bregenz, Karlsruhe, Düsseldorf. 1957 kommt er in Hamburg an. Er geht Gelegenheitsarbeiten nach. Aber seine Hauptbeschäftigung ist die Suche nach Opfern. Fast täglich streicht er jetzt durch die Stadt. Er entblößt sich vor Kindern, überfällt und vergewaltigt mindestens acht Frauen. Als er in einen Kiosk einbricht, um Briefmarken zu stehlen, wird er erwischt. Er bekommt sechs Monate Haft im Jugendgefängnis. Seine Sexualstraftaten bleiben unentdeckt. Er hatte den Glauben, dass er das Produkt einer Vergewaltigung ist und dass die Mutter ihn eher abtreiben wollte als austragen. Und dass das alles sich auf ihn niedergeschlagen hätte. Alle menschlichen Regungen essen. Man isst alleine. Immer alleine isst man in seiner Zelle. Da verroht man. Pomerenke hält stets zwei Teller und zwei Löffel beim Essen bereit. Für den Fall, dass der Herr Jesus kommen sollte. Außer der Bibel fasst er kein einziges Buch an. Er ist sehr religiös geworden. Nach dem Tod der Mutter 1981 ist die Schwester sein letzter Kontakt nach draußen. Er schenkt ihr ein Bild aus dem Gefängnis. Gleichzeitig beklagt er sich, dass sie ihn zu selten besucht. Nur Vorwürfe. Dann habe ich ihm, das habe ich ihm geschrieben. Er hätte nicht das Recht, mir Vorwürfe zu machen. Denn er hätte so viel Leben, er hätte sein Leben versaut. Und all die anderen Leben, wo er auch kaputt gemacht hat, soll man ein bisschen mehr nachdenken. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Lass mich bitte in Ruhe. 33 Jahre verbringt Pomerenke jeden Tag hinter Gittern. Erst dann darf er das Gefängnis zum ersten Mal für ein paar Stunden verlassen. Unter Bewachung. Die Anstalt stand ja auch ständig unter dem Druck der Öffentlichkeit, weil kaum wurde Pomerenke begutachtet, standen schon einige Leute wieder vor dem Gefängnis und sagten, nie soll Pomerenke freikommen. Mir war klar, er wird nie etwas machen, wenn andere Leute dabei sind. Seine ganze Karriere war immer Einzelaktionen, nie im Zusammenhang mit anderen. Nie hat jemand zugeschaut bei dem, was er getan hatte. Das war immer seine Sache. Das letzte Mal, als sich Pomerenke außerhalb von Gefängnismauern bewegte, hieß der deutsche Kanzler noch Adenauer. Die Mauer war noch nicht gebaut und erst recht noch nicht gefallen. Er hält es nicht lange aus draußen, will bald wieder zurück in seine Zelle. Kurze Zeit später erkrankt Pomerenke an Nierenkrebs. Die Ärzte geben ihm noch fünf Jahre zu leben. Jetzt beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall und entscheidet, Pomerenke muss entlassen werden, wenn er keine Gefahr mehr darstellt. Ich habe immer gesagt, gefährliche Leute dürfen nicht entlassen werden. Da sind wir unseren Mitbürgern schuldig. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Nur, es muss eben versucht werden, diese Gefährlichkeit zu überwinden. Und daran mangelt es. Gefangenentransport nach Hamburg. Ein Gutachter soll untersuchen, ob der mittlerweile fast 60-Jährige noch immer zu gefährlich ist für die Freiheit. Er kam eigentlich wie ein Einsiedler mit einem Bart, der...